Wie war das jetzt heute? Sehr aufgeregt und es fühlt sich noch ein bisschen unwirklich an. Ich glaube, ich verarbeite das erst im Traum dann irgendwie. Was bedeutet der Preis für dich? Ja, so Nachwuchspreis, gerade so wichtig in Zukunft ist irgendwie ein Riesenstück Anerkennung und total toll und man fühlt sich so unterstützt. Und das ist irgendwie ein Auftakt weiterzumachen. Wie sind Sie mit der Förderung zufrieden? Also insgesamt finde ich, es ist einfach eine unglaubliche Breite, die wir hier sehen durften. Und besonders hat mich natürlich auch so immer gefreut, wie die Nachwuchskräfte mit einer Brillanz das gemeistert haben. Die strahlen total. Und dann in der Bandbreite bis zu unserem Ehrenpreisträger Bruno Granz. Das ist schon was ganz was Besonderes hier in München. Das ist auch ein sehr großer Etat hier in Bayern. Ja, weil uns das auch sehr wichtig ist. Wir sind ein hervorragender Filmstandort und wir wollen das auch zeigen. Und das ist natürlich das Beste mit einem Filmpreis, der sehr begehrt ist und wo wir wirklich immer glänzen können. Danke. Und ganz persönlich, Ihr Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm? Also ich habe einen schon gesehen, der heute gezeigt wurde, der aber noch nicht auf dem Markt ist. Und ich kann ein bisschen, ja vielleicht ein bisschen Vorfreude locken. Immer vorwärts ist was ganz was Besonderes. Ein bisschen einen Ausschnitt hat man heute schon gesehen. Das ist so, wie ich ein bisschen was das überforsche. Und du bist gut?